Wenn du reich werden möchtest, dann wirst du es nicht, indem du als Freiberufler pro Stunde abrechnest und erst recht nicht, indem du als Angestellter pro Stunde bezahlt wirst. Der Grund dahinter ist der, du bist limitiert in deiner Zeit und im Regelfall arbeitest du bis zu 8 Stunden, die du am Tag abrechnen kannst irgendwo. Vielleicht als Freiberufler oder auch wenn du irgendwo in der Schichtarbeit bist, machst du auch mal ein paar Überstunden, aber du bist immer limitiert in deiner Zeit. Ab dem Zeitpunkt, wo du es schaffst, dich von deiner Zeit zu lösen, also von der Bezahlung pro Zeit zu lösen, ab diesem Zeitpunkt hast du zum ersten Mal das Potenzial tatsächlich reich zu werden. Denn Reichtum kannst du auf der einen Seite aufbauen, indem du das Geld, was du verdienst, investierst. In Immobilien, in Aktien, in Kryptowährungen, in Gold oder in irgendein Geschäft, in ein Startup oder sonst was. Weil dort nutzt du dein Geld als Hebel, um entsprechend unabhängig von der Zeit Renditen zu erwirtschaften. Aber das meiste Geld verdienst du, indem du schaffst, deinen Wert tatsächlich zu erhöhen. Und du musst nicht mal unbedingt den Wert, den du jetzt gerade bringst, erhöhen, sondern du musst ihn nur in der Kommunikation und in der Darstellung erhöhen, ab dem Zeitpunkt, wo du verstanden hast, wie viel Wert du tatsächlich bringst. Denn es geht immer darum, wie viel mehr Umsatz, weil das ist die einzige Währung, um die es hier tatsächlich geht, wie viel mehr Umsatz schaffst du es einem Unternehmen zu bringen. Anders gefragt, wie viel mehr Umsatz hältst du auch in einem Unternehmen, was sonst verloren gegangen wäre, abwandert durch zum Beispiel Kundensupport, Kundenmanagement etc. Wenn du aktiv bist und arbeitest, gleichzeitig wie viel Verantwortung übernimmst du tatsächlich, die sehr relevant ist und vor allem wie viel Risiko gehst du auch proportional ein. Basierend auf diesen Metriken, sage ich mal, kannst du nachher deinen Wert ermitteln und so vernünftig auch in Verhandlungsgesprächen, egal ob als Angestellter oder auch als Selbstständiger kommunizieren, um entsprechend mehr Geld zu verdienen oder eben pauschal bezahlt zu werden beziehungsweise proportional zu dem Wert, den du bringst. Unabhängig von deiner Zeit, unabhängig, wann du die Leistung erbringst. Hauptsache, du erbringst die Leistung, die das entsprechende Resultat, das entsprechende Ergebnis bringt. Denn, wir nehmen mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich es jetzt hinkriege für einen Kunden mit meiner Agentur, der mich mit 10.000 Euro pro Monat bezahlt, mal angenommen, ein Kunde bezahlt mir 10.000 Euro pro Monat, netto, dafür, dass ich Agenturleistung für ihn bringe, dem kann es völlig egal sein, was ich mache und wie ich das mache. Wenn ich jetzt mit seinem Werbebudget, was noch zusätzlich dazu kommt, sagen wir mal mit 20 weiteren 1.000 Euro, also insgesamt hat er 30.000 Euro investiert, 10.000 an mich, 20.000 in Werbung, 30.000 Euro. Wenn ich es schaffe, damit dafür zu sorgen, dass er, nehmen wir mal an, das Doppelte, 60.000 Euro einnimmt, dann hat er 30.000 Euro eingenommen, 30.000 Euro sind investiert worden, ja, und jetzt sagen wir mal, 50% davon bleiben ihm übrig, heißt, er hat 15.000 Euro plus auf seiner Seite gemacht und hat dafür 45.000 Euro investiert. Effektiv aber waren, um diese 60.000 Euro zu erwirtschaften, nur 10.000 Euro meine Bezahlung und 35.000 Euro, also 20.000 Euro Werbung, 15.000 Euro seine eigenen Kosten, die er in seinem Betrieb hat, nötig, um dieses Ergebnis zu erwirtschaften. Ist das ein fairer Deal? Ich glaube definitiv ja, aber das ist nur eine Beispielrechnung, denn diese Rechnung könnte ja auch viel höher aussehen. Ja, du könntest diese 30.000 Euro investieren und dem Kunden 100.000 Euro bringen, ja, dann bleibt ihm auch eine entsprechende Marge übrig. Und das ist die Aufgabe, die du im Prinzip nachher hast. Das heißt also, konkret zu ermitteln und herauszufinden, und das ist auch das Erste, wenn mich Menschen fragen, Nick, welche Preise soll ich nehmen? Ist 1.000 Euro okay? Sind 5.000 Euro okay? Oder sollte es viel weniger sein? Ist es okay, das umsonst zu machen? Dann sage ich, stell gute Fragen. Lern das Geschäft kennen. Verstehe, welche Margen da sind, verstehe, welche Abläufe dort sind, verstehe, was jemandem wichtig ist, verstehe, was jemanden begeistert nachher an mehr Umsatz und beschäftige dich damit, wie viele Ressourcen musst du selber einsetzen und vor allem, was musst du tun und bewegen in Form von Werbebudget oder eben deiner eigenen Leistung oder anderen Dingen, um ein entsprechendes Ergebnis zu erwirtschaften. Und dann hast du darin im Prinzip nachher Puffer in einer Gesamtmarge, die für den Kunden entsteht, wo du dann nachher eine Summe aussuchen kannst, wie in dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Nehmen wir mal die 10.000 Euro Bezahlung weg. 20.000 Euro Werbung hat der Kunde für 60.000 Euro mehr Umsatz. Hat davon im Prinzip 50 Prozent, die ja nachher von den 30.000 Euro, die wir vorhin errechnet haben, bleiben ihm übrig. Also dann rechnen wir nochmal 15.000 drauf. Sind 35.000 Euro Gesamtkosten, die wir auslösen müssen, um 60.000 Euro mehr Umsatz zu erzielen. Bleiben also 25.000 Euro übrig, die der Kunde hätte. Jetzt kannst du innerhalb dieser 25.000 Euro aussuchen, wie viel du davon verdienen willst. Du könntest auch sagen, ich will 20.000 Euro dafür haben. Du könntest auch sagen, ich will 5.000, ich will 1.000, 2.000, ganz egal was. Du hast jetzt hier Spielraum kalkulatorisch gesehen, mit dem du in ein Verhandlungsgespräch gehen kannst. Statt zu sagen, ich nehme den Mindestlohn pro Stunde oder statt zu sagen, ja, ich nehme einfach nur 1.000 Euro oder sonst was, kannst du das jetzt so berechnen. Deshalb berechnen wir auch unseren Kunden nicht immer allen das Gleiche, wenn wir Agenturgeschäft machen. Wir schauen, dass wir es fair halten, wir haben natürlich klare Pakete und Dienstleistungspreise, die wir auch nehmen, tatsächlich. Aber wenn wir mehr Ressourcen, also in Form von Zeit, Fähigkeiten, Energie investieren müssen, um einem Kunden einen großen Mehrumsatz zu bringen, der für den Kunden auch ein großer Mehrumsatz ist, berechnen wir natürlich mehr, als wenn wir einen kleinen Kunden haben, bei dem wir weniger Ressourcen und weniger Zeit etc. einsetzen müssen, für den aber hinten raus nicht 100.000 Euro Mehrumsatz entsteht, sondern nachher nur 10.000 Euro Mehrumsatz. Ja, da wäre es ja natürlich Hals- und Beinbruch in dem Sinne, wenn wir 10.000 Euro Pauschale nehmen würden. Ich weiß, hier sind viele Zahlen geflogen, vielleicht war so ein bisschen komplex, schaust du das Video vielleicht nochmal an. Im Endeffekt geht es darum, für dich ein Verständnis dafür zu entwickeln, welchen Wert du schaffst und welchen Wert du kreierst, was da an Mehrumsatz für den Kunden entsteht, beziehungsweise für deinen Arbeitgeber, für den Menschen, mit dem du arbeitest, der dich nachher bezahlt, und mit ihm einen entsprechenden Deal zu finden, einen partnerschaftlichen, der sowohl für dich gut ausfällt, als auch ihn begeistert, dass ihr beide Lust habt, hinten raus weiter zusammenzuarbeiten und sagen, weißt du was, das klingt fair. Und das ist das, was die Menschen auch zu meinen Angeboten sagen, wenn ich mit denen arbeite. Die sagen nicht, boah Nick, das ist aber teuer. Die sagen auch nicht, boah, das ist extrem günstig, sondern die sagen, weißt du was, das klingt fair, das macht Sinn. Und genau so schaffst du es auch nachher reich zu werden, in dem du dich von der Zeit-gegen-Geld-Kette tatsächlich löst. Egal ob als Dienstleister, Selbstständiger oder hinten raus nachher auch als Angestellter. In diesem Sinne, wenn dir das gefallen hat und du mehr dazu wissen möchtest, klick unten auf den ersten Link. Wenn du weiter gefragt hast, schick mir eine Nachricht auf Instagram, abonniere den Kanal. Wir sehen uns. Dein Nick. Bis dann. Ciao.